Herr Winkler meldet sich zum Dienst. Over. Guten Abend, Herr Winkler. Guten Abend. Einen wunderschönen guten Abend, Herr Winkler. Einen wunderschönen guten Tag, der Herr. Ja, Jungs, mein Arschloch brennt. Hat da vielleicht jemand eine Heilsalbe für oder so? Wir haben uns gerade drüber unterhalten, unsere auch. Ich würde empfehlen, dass wir zum EMS gehen, moll. Ah, super, Gambo. Ich glaube, es sollte hier nicht sein, oder? Kann ich hier stehen bleiben? Ich hoffe mal. Ah, ich glaube nicht. Das ist RDM, meine Freunde. Ich hoffe, dass wir die Zeit schnell tun. Oh, was ist denn hier los? Hallo. Ja, ich brauche auf jeden Fall, Herr Winkler, ich brauche auf jeden Fall einmal Ihre Hilfe. Oh, da lohnt sich das ja sogar, da lohnt sich das ja sogar richtig hier ins PD zu kommen. Was ist denn hier los? Kommen Sie mal rein. Kommen Sie rein. Genau, Herr Winkler, um kurz... Sind die für mich? Das habe ich gerade gehört, wenn ich... Ich wurde sexuell belästigt, der Herr. Was ist Ihr Problem? Ich wurde angezwergt. Von wem? Von wem? Also vielleicht, vielleicht, vielleicht sollten wir in mein Büro gehen und die Seiten da weiter besprechen, die... Natürlich. Ich habe ja kein Büro, ich würde gerne in sein Büro gehen. Komm, wir gehen in mein Büro. Wir gehen erstmal ins Büro, ja? Da ist auch Apfelsaft. Haben Sie auch Frischmilch drin? Ich habe eine ganze Packung Milch, ja, ja. Da setzt euch mal auf die Couch, die ist für euch. Die schwarze, die schwarze. Ich küsse doch Ihr Herz, der Herr, danke. Ach, so. Genau, also das ist der Kollege, das ist auf seinem Büro. Oh Gott, ich bin gerade außer Atem. Haben Sie hier keinen Aufzug? Wir müssen jetzt... Willst du mich jetzt auch sexuell belästigen? Setzen Sie sich doch bitte erstmal auf die Couch, gute Frau. Am besten nicht nach oben, wir sind halt nicht hier bei den Holzrussen, sondern wir eine richtige Dame. Ich bin aber aus Russland. Ach so, ja, okay, dann hole ich gleich die Samichki raus. Ja, geil, die Samichki. Sehr gut. Also, also, also. Ja, dann genau, dann erklären Sie dem Herr Winkler mal... Vielleicht erklären Sie mir erstmal, was passiert ist, ja. Also, ich als übervolljährige, ne, wurde von einem Minderjährigen angetanzt. Mhm, mhm. Von wem, wo? Ich bin vor dem PD. Wir laufen da, wir machen einen kleinen Spaziergang, so wie jeden Abend. Mhm. Kennt ihr wahrscheinlich. Wetter ist sehr schön heute. Und wir gehen halt auf Bergsteigen, meistens. Naja. Und auch wandern und so. Genau, genau, sowas machen wir sehr gerne. Dann stehe ich da so, auf einmal kommt sein Minderjähriger. Juna, beruhig dich. Und, ich sage, hör auf. Und er redet. Da kommt so eine Babystimme raus. Ja, verstehe. Wo ist er denn jetzt? Wo war denn das? Er war ein Kind, ein Chujuk. Der war am mindestens... Die Dame. Elf? Zwölf? Die Dame. Sie sehen sich sehr aufgebracht. Herr Kollege, würden Sie vielleicht kurz vor der Tür warten? Ja, also, ich zeige Ihnen mal gerne auch mein Büro. Ja, kommen Sie mal mit. Sie sind ja die Russin, ja. Ich gebe Ihnen mal die Samichki. Kommen Sie mal mit. Ah, okay. So, meine Damen. Entschuldigen Sie, der Herr, ich muss nur kurz ein Telefonat führen. So, wie ich das hier sehe, haben Sie was geklaut. Ich habe was geklaut? Sie haben was geklaut. Was denn? Naja, die Fernbedienung neben Ihnen. Was? Die ist Ihnen gerade aus der Hosentasche gefallen. Die haben Sie geklaut. Nein, ich würde sowas niemals machen. Hm. Ich habe angeblich geklaut. Hör mal, was eine unangenehm... Warum, warum, warum klaut ihr eigentlich? Was für Clown? Wir sind Muslime, wir klauen nicht. Ich muss die Polizei rufen, Leute. Hä, du bist doch Polizei, hä? Ich bin noch nicht im Dienst. Ihr kommt in den Knast dafür, das wisst ihr. Was? Wieso lügst du? Ihr kommt dafür ins Gefängnis. Ey, der will nur Geld, Juna, er will Geld. Nein, 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 ich will kein Geld. Juna, er will Geld. Also es gibt auch eine andere Möglichkeit, wie wir das klären können. Oder wollt ihr ins Gefängnis? Nein, eigentlich nicht so. Nun, es gibt auch eine andere Möglichkeit, wie wir das klären können. Ja, wie sollen wir das nicht klären? Komm mal bitte mit zu dem Tisch hierher. Komm mal bitte her. Guck mal, wie pervers. Siehst du das, Juna, auf seinem Computer? Hallo? Moment mal, das ist nicht mein PC. Hentai. Hentai, Juna, Hentai. Was ist das? Ich kenne das nicht. Das ist einfach Anime-Figuren nackt. Oh mein Gott. Also bitte. Mädels. Davon mache ich direkt ein Bild? Mädels. Warte mal, wer von euch ist Juna? Juna, du bist Juna? Nee, ich bin Juna. Haben wir uns nicht gestern schon gesehen? Ja, gestern? Warte, hier, gib mir mal die Hand, bitte. Ah, nee, okay. War eine andere Juna, alles klar. Hey, ich bin die only real Juna, ja? Was macht dich denn so besonders, dass es dich nur einmal gibt? Äh, äh, sie? Sie ist besonders. Was, der Hut? Der Hut ist nichts Besonderes. Sie, sie ist besonders. Ja, ja, aber was, was macht sie besonders? Der Hut, die Hose, die Schlaffanzukhose? Wissen Sie was, für was D auf dem Hut steht? Dick. Oh shit, er weiß es. Die sind die ganze uns ab jetzt. Ja, wirklich, seid ihr so welche, oder wie? Nein, auf gar keinen Fall. Nee, nee, ich bitte. Ich bin nicht so eine, doch genau so eine bin ich. Also ich habe kein Problem damit, wenn ihr mir sagt, wo das war, dass wir den kleinen Jungen in den Knast stecken, der euch hier belästigt hat. Unter einer Vereinbarung, eine Bedingung. Stopp, stopp. Ja, bitte? Ich spreche mich ab jetzt anders an. Ja, bitte. Ja, ich spreche mich nur noch mit Daddy an. Dafür bringe ich ihn in den Knast. Also das D steht für Daddy. Juna? Hallo? Juna? Juna. Mensch, Juna, jetzt red mit mir. Hat hier jemand eine Frau gesehen? Eine schwarzhaarige Frau? Hier vorne, ja. Kommen Sie mit. Da in der Umkleide. Wo, hier? Die zieht sich gerade um. Das ist die Männerumkleide. Ja, warten Sie mal. Das ist die schwarzhaarige Frau. Das ist doch kein... Das ist die schwarzhaarige Frau. Danke, ich bin keine schwarzhaarige Frau. Ihr seid so nix zu gebrauchen. So nix und wieder nix zu gebrauchen. Tag. Guten Tag, Herr Winkler. Guten Tag. Ich habe eigentlich gehofft, hier ist Action. Steht hier irgendwas an? Ah, U-Boote gleich, ne? Ja, genau. Das U-Boote-Event ist gleich. Ah, super. Dann fahre ich da schon mal hin, ja? Alles klar. Wollt ihr mir jetzt auf die Eier gehen? Hä? Hey. Nicht anfahren. Hey. Ich zeige sie an. Bei wem? Bei wem willst du mich anzeigen? Bei der Polizei. Mach doch. Mach ich auch. Mach ich wirklich. Ich zeige sie an. Junge, drei Roller. Guck mal, die anderen zwei. Die drehen jetzt auch einmal um. Aber nur die Rollerfahrer. Oh. Verdammt. Ich wollte nur den Rollerfahrer erwischen. Kriegst mich nicht. Ich kriege nicht. Doof gelaufen, ne? Jetzt fahren wir aber wirklich Richtung U-Boote-Event. Aber wenn das U-Boote-Event gleich ist, warum versammeln die sich noch nicht hier? Oh, 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 oh. Ganz unauffällig, okay? Ganz unauffällig. Ich gehöre dazu. Ich gehöre zu ihnen. Ich gehöre dazu. Jungs, die sind drin. Wir gehören dazu. Wir gehören einfach dazu. Oh. Das war nicht meine Schuld. Ey, die fahren zum U-Boote-Event. Das gibt jetzt richtig Gescheppere. Das gibt jetzt richtig Gescheppere. Die fahren zum U-Boote-Event. Oha. Junge, geil. Das gibt ja jetzt richtig Action diesmal. Ich hoffe, die Polizei ist auch schon versammelt. Sonst wäre das ziemlich doof. Oh, die fahren ja schon rein. Oha. Hä? Das dauert doch noch acht Minuten. Oh, oh. Wir werden verlieren. Äh, Jungs. Ich will ja nichts sagen, aber ich glaube, wir werden das verlieren. Ja. Nee, nee. Alles gut. Wir werden das sowas von verlieren. Wenn ich, wenn ich von da oben schieße, ist das nicht voll gut? Nee. Ja, wobei. Doch. Das ist eigentlich voll gut. Nee. Ist nicht gut. Na. Wieso ist der tot? Weil er den Kran runtergefallen ist. Ich bin gestolpert. Ich bin gestolpert. Okay. Da war Öl. Keine Ahnung. Das sieht schlecht aus. Wir werden so weggeballert, dass das... Haben wir gewonnen? Wie? Wir haben gewonnen. Hä? Wie? Das war es schon? Oh, lol. Wir haben es ja sogar wirklich gewonnen. Hä? Was ist... Was geht denn hier? Was ist passiert? Ach, moin, Jungs. Die Verstärkung. Okay. Ich verstehe schon. Wir haben von hinten Verstärkung bekommen. Oh, da sind noch mehr. Ah. Revolver-RP. Okay. Wir haben von hinten Verstärkung bekommen. Die wurden eingequetscht wie ein Sandwich. Junge, so ein Aufmarsch. So ein... So ein... Für nix... Nix und wieder nix. Schlecht. Ganz schlecht. Warte mal. Der lebt. Der lebt. Der lebt. Warum lebt der? Ähm, wir gewonnen, ne? Nicht doch recht gut. Ja. Das ging aber schnell. Hey, du kleiner Frechdachs. Hier, ich schlage ihm ins Gesicht. Er nimmt nicht an. Okay, verstehe. Er nimmt nicht an. Ich habe ihn weitergereicht. Damit können sie ihn, glaube ich, zum Regen bringen. Ah. Bitte einmal kurz entfernen. Herr Officer, das, was sie hier gerade machen, ist, glaube ich, nicht erlaubt. Also, drittes Auge sieht mit, sagen wir so. Ich werde es hochschicken. Herr Officer, entfernen Sie sich mal kurz von dem, von dem Tatverdächtigen. Einmal bitte kurz so drei Meter Abstand. Alle mal, alle mal kurz weggucken. Rede endlich. Na los, rede. Gib es zu. Was hast du getan? Gib die Tat zu. Was wolltest du hier? Was hast du hier verloren? Was hattest du vor? Was hattest du vor? Rede. Ich bin weg. Ich rede. Rede, du Dreckensack. Oh, Entschuldigung. Na los, rede. Rede. Gibst du es zu? Gibt es sich jetzt irgendwie nice, dass sie mich jetzt hochtauern lässt? Gibst du es zu? Ich gebe zu, dass sie einen kleinen Schwanz haben. Der Herr hat die Tat gestanden. Der Herr hat gestanden. Er kann nun abgeführt werden. Geistesgestört. Die redet die gesamte Zeit von Aufnahmen und Hochschicken und was auch immer. Wer, der Kerl hier? Ja. Lass mich doch mal jetzt los, du Penis. Komm, steck ihn mal ins Auto, ich fahre. Auf ihn ist immer Verlass, ne? Natürlich. Wei, wei, wei. Immer dasselbe mit euch Schwerverbrechern. Ja, ja. Dass du mich doch dreimal knockst, ne? Du bist doch am Arsch, mein Bester. Entschuldigung? Sie leben doch. Was meinen Sie mit? Ich habe doch alles aufgenommen, du Vogel. Was wollen Sie aufgenommen haben? Ich glaube, Sie gehören nicht nur in den Knast, sondern auch nur in die Psychiatrie. Jo. Sie sind völlig geistesabwesend. Sie sind gar nicht da. Und Sie sind ein Knecht. Na. Warum? Ich glaube, maximal 600.000 Dollar kann man dem als Strafe reindrücken. Das würde ich dann auch machen. Perfekt, danke, dass Sie das gesagt haben. Jetzt habe ich noch mehr Gründe. Ich küsse euch ihr Herz. Kein Problem. Naja, aber wenn ich mit so einem Riesenaufgebot verlieren würde, dann würde ich auch so modzig sein. Ich kann es schon verstehen. Nö, nö. Sie sind einfach ein Penis. Modzig? Wie ein kleines Mädchen. Können Sie mich eventuell am VD rauslassen? Ja, ja, ja. Sie können einfach kein Gumbo. Was ist denn Gumbo? Gumbo Chicken Soup. Ich habe tatsächlich damals gerne in der Kantine diese Gumbo Chicken Soup Ding gegessen. Das war schon lecker. Ja. Hat ein bisschen gebrannt danach, aber war gut. Nee, wirklich. Ich habe es gefeiert. 2,50 Euro oder so. Ist das da Ihr Freund? Ja? Ist das Ihr Boyfriend? Nee, nee. Nein, nein, nein. Der wird gerade Ihrer Mutti auf den Rücksitz genommen. Ei, 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 ei. Ich danke Ihnen, Herr Winkler. Aber drücken Sie ihm alles rein, was Sie können, ne? Ja, ich müsste auch gerade nochmal mein Auto reparieren. Das wurde leicht beschädigt. Bernd, Junge. Osman, Osman. Rette meinen Arsch. Wiederhin, Digger. Na, einfach rauskommen, hä? Ich kümmere mich doch drum. Kein Problem. Lassen Sie den bitte stehen. Das darf er halt gar nicht. Ey, Digger. Lassen Sie ihn stehen, ja? Ich habe alles aufgenommen, Digger. Du bist ja auch. Du lieb, Mann. Tschüss, Bernd. Guck mal, der Bugatti da hinten. Ja, bleib mal einfach stehen. Ach, du Scheiße. Connor, Junge. Connor, Junge. Connor. Komm her, Connor. Wir reden jetzt. Ja, ey. Was ist dein Problem? Was ist das Problem? Was ist das Problem? Ich verstehe gar nicht, was Ihr Problem ist. Boah, was ziehen Sie doch nicht? Was sind denn hier? Spaß, Spaß. Komm, steigen Sie aus. Wir reden jetzt. Ich soll auch steigen und steigen aus. Ja? Ey, hallo? So, Connor kann sich jetzt alleine vergnügen hier oben. Oh, Sie sind so ein korruptes Schwein, ne? Krass. Ja, wieso denn korrupt? Also, ich bringe die Verbrecher hinter ein Gitter. Also, ich verstehe nicht, was daran... Ja, aber nicht berechtigt. Wie, nicht berechtigt? Die sind Verbrecher, sie gehören in den Knast. Was ist daran nicht berechtigt? Ach, weißt du was? Scheiß auf dich. Ja, genau. Ich werde alles hochschicken. Alles klar. Wohin hochschicken? Was ist im Norden? In den Himmel, du Knecht. Was ist im Norden? Was ist im Norden, hä? Von Los Santos. Was ist da? Nix. Ne Wüste. Gar nichts. Ein Öde. Sand. Äh, sie haben ein bisschen Kaugummi, der Herr. Kaugummi. Zwischen den Zähnen. Das Ding ist, du kannst nicht quitten. Wenn du quittest, während du Handfesseln hast, ähm, kommst du auch in den Knast. Dann kommst du, glaube ich, sogar in den Admin-Knast oder so. Das ist noch viel gefährlicher. Er ist wirklich gequittet. Ich fass es nicht. Niklas M. Pasta hat ein Dispatch gesendet. Wir haben zwei Geiseln. Alles klar. Abfahrt. Boah, da bin ich doch gerade nochmal rechtzeitig gekommen, ne? Warum stehen wir hier im Kreis? Wir haben eine Geiselnahme. Ah, okay. Soll ich die Verhandlungen übernehmen? Bitte. Ich mach das. Kann sie machen. Ey, das sind dieselben von gestern. Moin, 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 moin. Hallo. Hallo. Oh, sie sind sehr leise. Kann einer von ihnen auch laut reden? Ähm, Leon. Pasta. Leon. Hallo. Servus. Servus. Ach, ja. Was machen wir jetzt, ne? Also, ich will die Geiseln lebend haben. Ihr wollt Geld. Wie viel wollt ihr haben? Ja. Muss Familie ernähren. Was ist denn eure Forderung? Für den Medic nehmen wir 250.000. Und für die andere Geise nehmen wir 100k. Das ist zu viel. 350k für beide, das kann ich nicht machen. Wie soll ich das denn meinem Chef erklären? Ihr kriegt 350k und ich krieg die Frau dazu. Kostenlos die Frau. Die nehm ich mit. Der Rest kann gehen. Okay. Ja, ist ein Deal. Würde ich sagen, oder? Ja, klar. Gut. Ich kommuniziere das nochmal gerade, ja? Und dann, äh... Dann komme ich. Ja, moin. Also, ähm, was ich gerade gehört habe, ist, dass wir jetzt 350k quasi überweisen und die Geiseln bekommen. Die haben aber geäußert, das habe ich gerade so mitbekommen, der Herr hat nämlich sehr laut geredet, dass die danach halt uns umschießen würden. Das heißt, ich würde jetzt so tun, als würde ich bezahlen und dann würde ich halt da reinrennen, ne? Okay. Also, guck mal, nein. Pass da auf, pass da auf. Ich bezahle. Dann tun wir so, als würden wir sie entkommen lassen. Aber wenn sie alle draußen sind, die Geiseln in Sicherheit, dann schießen wir. Wir müssen uns aber zuerst noch informieren, ob die Geiseln überhaupt gesund sind, meiner Meinung nach. Die sind gesund, die sind gesund. Haben Sie mit den Geiseln geäußert Reisepass zeigen lassen? Äh, nö, das noch nicht. Soll ich das tun? Ja, natürlich. Ja, also was soll ich sagen, ne? Die Jungs da hinten, mit denen ist nicht einfach zu sprechen, ne? Die wollen euch halt wegballern. Die wollen euch umschießen. Ja, und sie wollen die Geiseln. Ich will die Geiseln. Ja, wie wäre es denn, wenn ich erstmal die Reisepässe der Geiseln sehe? Also, ich müsste halt gucken, ob es denen auch gut geht, versteht ihr? Damit die Situation hier nicht eskaliert. Ich bin quasi so der Vermittler. Also, ich will, dass das hier noch relativ ruhig über die Bühne geht und keiner verletzt wird, ne? Dann kommen Sie mal rein. Alles klar. Die sind hinten, nehme ich an, ja? Die Geiseln stehen hier schon vorne. Ach so, das sind die zwei hier. Moment, wer ist denn der Medic? Die Frau? Ach, die Frau ist ein Medic? Nein, der Mann. Ach, aber die Frau ist auch eine Geiseln. Also, ich dachte, die gehört zu euch, deswegen wollte ich die dazu haben. Nun denn, Jungs, Mädels, hallo, ihr beiden. Geht es euch gut? Ja. Ist alles okay mit euch, ja? Ihr kriegt zu essen, ihr kriegt trinken. Hallo, ob es euch gut geht? Ich glaube, die sind taub. Also, gleich wird nur die Frau freigekauft, ne? Und dann könnt ihr alle abziehen. Dann machen wir das so. Alles klar, ich nehme an, den beiden geht es gut. Alles klar. Ja, hoffen wir mal. Ich kommuniziere das gerade nochmal drüben, ja? Und dann regeln wir die Bezahlung, ja? Ja. Alles klar. Und Sie halten den Rand, Herr Kollege, ja? Sonst sorge ich für Ihre Entlassung. Den Geiseln geht es gut. Die sind halt sehr schießwütig, ne? Also, die haben halt schon geäußert, so, die würden direkt ballern, wenn es irgendwie brenzlig wird. Ist halt die Frage, was machen wir. Ich würde halt gucken, dass ich die Geiseln rauskriege, den Medic zuerst. Da ist ein Medic dabei. Da ist ein Medic als Geisel. Da ist ein Medic, genau. Der Kerl ist ein Medic und eine Frau. Haben Sie den Namen von der Frau und dem Medic? Äh, ja. Wie heißen die denn? Ah, guten Tag, Jungs. Ich müsste gerade nochmal die Reisepässe der Leute sehen. Die haben mir eben nicht die Reisepässe gezeigt. Ich muss mir den aus der Tasche ziehen. Meine Vorgesetzten, die bestehen auf den... Äh, äh. Ich bitte nicht rausziehen. Ich habe doch gesagt, sie sollen sich hier draußen aufhalten, wenn ich jetzt... Springt da einfach durch die Scheibe. Mann, 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 Leute. Ihr müsst mir doch einen scheiß Ausweis geben. Woher soll ich denn wissen, wie ihr heißt? Zieh mir jetzt einfach... Ich kann nicht schlecht. Ich zieh mir jetzt den Ausweis, ja? Ich zieh mir den jetzt. Nina Griffin und... Wen haben wir hier noch? Christian Lupin. Alles klar. Danke, ich komme gleich wieder. Leute, Leute, Leute. Nina Griffin und Christian Lupin. Also die sind, äh, da hinten schon die Waffen am Durchladen. Ähm, ich glaube, mit denen ist nicht mehr lang zu verhandeln. Ich würde jetzt zusehen, dass ich die Geiseln rauskriege, ne? Und sobald ich die Geiseln dann rausbekommen habe, äh, dann geht's los. Ja, perfekt. Dann gucken Sie mal, dass sie den Herrn Lupin als erstes rauskriegen, ja? Ich sehe zu, dass ich die beiden rauskriege und sie passen auf, dass die nicht sofort in die Autos einsteigen. Und dass wir dann quasi Zugriff machen, ja? Moin, ich komme nochmal rein, ja? Hi. So. Ich würde gerne zuerst den, äh, Herrn, äh, Christian Lupin freikaufen, ja? Den Medic 250, ja? Ja. Alles klärchen. Übergeben Sie mir den zuerst, bitte. So, überwiesen. Drei Prozent steuern, da kann ich nichts für. Ja, die Dame nehme ich dann auch mit direkt, ja? Wenn die eh gratis dabei ist. Voll stark geht der mal gar nicht. Wenn die eh gratis ist, dann nehme ich die natürlich. Nehme ich die mit. Wenn wir fahren dürfen, ist die gratis. Ihr dürft fahren, ja, ja. Ich habe das schon kommuniziert. Ihr dürft nach der Verhandlung hier, äh, freien Abzug. Habt ihr, ja. Ja, äh, der Herr geht natürlich, äh, als erstes bitte raus, ja? Gut. Kriegen die Dame, wenn die Nagelkette, äh, da weg ist. Welche Nagelkette soll das sein? Die da vorne, die auf dem direkten Weg meines Autos steht. Ja, alles klar, alles klar. Wer hat die Nagelkette gelegt? Wer war das? Wer hat diese Nagelkette gelegt? Wer hat die Nagelkette gelegt? Bitte einmal herkommen. Jetzt ist sie weg. Hä? Ja, aber wer war das? Wer hat die gelegt? Wer, wer hat die gelegt, ist die Frage. Ich muss wissen, wer das war. Wer hat die gelegt? Aber hab ich jetzt gemacht. Genau. Und gleich, sobald die Frau draußen ist. Geht das leiser, Jungs, bitte. Die Frau kommt jetzt raus. Und sobald die Frau draußen ist, können wir quasi stürmen. Die haben Bock zu ballern, aber die wollen auch abhauen. Ich hab jetzt, ich bin dabei. Ja, ja, ich hol die Frau jetzt raus. So. Nagelkette ist weg, Jungs. Warum will die gelegt? Ja, das war ein Irrer. Der gehört nicht zu uns. Der gehört nicht zu uns. Der hat nichts hiermit zu tun. Das war so ein Scheuer da. Die Frau, die Frau Griffin, bitte zuerst raus, ja? Frau Griffin, kommen Sie bitte mit. Folgen Sie mir, bitte. Folgen Sie mir, folgen Sie mir. Zugriff, Zugriff. Kein Zugriff, kein Zugriff. Sehr gute Arbeit geleistet, Jungs. Genauso, genauso löst man die Verbrechen auf. Alle vier TVs am Boden. Geiseln, lebendig befreit. Herr Winkler. Perfekt. Besser hätte es nicht laufen können. Ja, moin. Warum musst du es in deinen Scheppern aushauen, halt? Ja, bitte. War schön mit Ihnen. Das ist dann einmal Ihre Kündigung. Warum denn Kündigung? Ich hab das doch super geklärt. Die Geiseln sind frei. Ja, Sie haben aber dazu nicht die Ausbildung, Herr Winkler. Die Geiseln sind frei. Die Geiseln sind am Leben, Herr Valentino. Das ist mir scheißegal, Herr Winkler. Sie geben jetzt einmal Ihre Dienstwaffen ab und dann können Sie sich bei mir Ihre Kündigung abholen. Gut, Herr Winkler. Herr Valentino, reden Sie. Herr Winkler, ich gebe Ihnen genau drei Sekunden. Warum wollen Sie mich denn kündigen? Hä? Ich hab das doch super gemacht. Warum wollen Sie mich kündigen? Hallo. Ich hab das doch super geklärt. Warum denn kündigen? Herr Winkler, wenn Sie jetzt nicht mal aufhören, dann was? Äh, hallo. Warum schießen die? Die schießen alle auf mich. Nein, nein, stopp. Die haben mich ja wirklich gefeuert. Ach nee. Jungs, Jungs, Jungs. Das ist doch total überflüssig. Warum, warum werde ich denn gekündigt? Ich hab das doch super geklärt, hä? Ich glaub, der Herr mag mich einfach nicht. Der ist irgendwie nicht so... Der Wursart macht einen hervorragenden Job. Ja, und warum will er mich kündigen? Weil ich die Geiseln befreit hab, lebendig? Weil er... Weil sie die Ausbildung nicht hatten. Hat er doch gesagt. Ach, der Kerl, der ist ein bisschen sauer auf mich. Ich glaub, der mag mich einfach nur nicht. Das ist ein Problem.